So Freunde, da ist es am Start, 97 plus aus der Gruppe 2 der Footies und wir starten rein mit Spanien, ZOM ist das der 95er, jawohl, es ist der 95er, Carles, äh, Gilles, da habe ich schon gute Sets gesehen, die danach kamen, aber auch schon umgekehrt, äh, Enttäuschung, also insofern hoffe ich jetzt auf ersteres. Oh, Grabenberg, oh, gutes Rating dann noch, 94er, Kane dann noch am Start und Barrea und Testegen als 93er, also ganz ehrlich, mhm, das geht schlechter, da habe ich schon schlechteres gesehen, ähm, mal schauen, ob es da besser wird, reingehen in die nächsten Packs und let's go. So Freunde, und, äh, jetzt machen wir doch das 85 mal 10er Pack, da schauen wir mal rein, was das Ganze gibt, äh, das, äh, im Verhältnis jetzt sozusagen zum 90 mal 7er, wen haben wir hier, wieder Brasilien, nee, Frankreich, Innenverteidiger, 90er Lacroix, die eine oder andere Specialkarte könnte natürlich eben nicht als Wandspieler sein, hoffentlich ist da also noch ein 90 pluser hinter, ne, tatsächlich nicht, oh, also, 1, 2, 3, 4 sehe ich da, die 85er grade sind, ah, weiß ich jetzt nicht, schreibt mir eure Meinung zu dem Pack mal rein in die Kommentare, Freunde, wir sehen uns morgen im nächsten Video, sehr, sehr gerne wieder täglich hier für euch am Start und damit bis zum nächsten Mal, ciao Leute.